Das ist schon so zum Alltag geworden, dass es, glaube ich, schwierig ist, das einfach nicht mehr zu machen. Dass, wenn man aufsteht und dann auf einmal frei hat und man sein Leben lang oder irgendwie die Hälfte seines Lebens Taekwondo gemacht hat und dann auf einmal gesagt bekommt, heute musst du nicht, Jana, dann ist es so, ich will aber. Der Ehrgeiz brachte ihr schon in jungen Jahren Erfolg. U17-Weltmeisterin, Bronze bei der U21-EM. 2015 belegte sie in ihrem ersten Seniorenjahr den neunten Platz bei der WM. Olympia hingegen hat nicht höchste Priorität. So ein bisschen im Hintergedanken ist es schon, aber es kommt jetzt auch nicht überall raus, dass ich sage, ich trainiere nur noch für Olympia. Für mich gibt es nichts anderes mehr, weil ich finde auch eine Europameisterschaft und eine Weltmeisterschaft und jetzt gerade auch die Grands Prix, die bei uns angefangen haben, die zählen genauso. Und für mich als Sportlerin sind das halt auch Höhepunkte, die vielleicht jetzt medientechnisch oder für die Leute nicht so präsent sind, aber für mich und das, was ich quasi tue, weiß ich genau, was das für eine Stellenwert hat. Wenn ihre Karriere so weitergeht, wie sie begonnen hat, wird zwangsläufig an Olympia kein Weg mehr vorbeiführen.